herzlich willkommen liebe leute zu einer ich bin nicht nein doch also klartext wir haben heute den ersten eigentlich wollte ich kein silvester neujahrs special whatever machen was man eigentlich immer so am 31. oder in der woche vor neujahr raushaut ich habe mich aber jetzt dazu doch entschlossen mal heute am ersten und wir haben gerade 20 uhr das heißt die folge wird hoffentlich noch vor dem zweiten online gehen damit irgendwie passt werde ich mal ein bisschen nicht wie es andere leute machen resumie ziehen über das letzte vergangene jahr sondern vielleicht erzählen was im kommenden jahr also im jetzigen jahr da wir schon den ersten haben so passieren wird auf meinem kanal beziehungsweise er so die aktuelle lage erklären im hintergrund seht ich habe hier gerade ein video vom guten stormblade gaming stormblade gaming lp ich weiß gar nicht ob wie genau sein kanal heißt aber ihr wisst ja findet er immer in beschreibungen und so der ist auch bei mir auf dem kanal verlinkt warum läuft das im hintergrund ja der gute gute stormblade der gute dennis hat nach jetzt langer pause wieder angefangen single player let's plays regelmäßig hochzuladen ja und ich als guter mensch nein spaß als böser mensch mit guten fortsetzen fürs neue jahr zumindest wollte einmal ganz kurz hier drauf verweisen dass jedoch bitte den guten dennis der ein bisschen die motivation verloren hat und sie jetzt wieder versucht im neuen jahr ein bisschen aufleben zu lassen ein bisschen unterstützt und ihm zeigt dass seine mühen hoffentlich nicht umsonst sind und vielleicht geht er mal auf seinen kanal guckt sein neues fable let's play was er heute am ersten gestartet hat und lasst ihm daumen da und schreibt mal viel glück im neuen jahr bei deinem kanal in die kommentare selbstverständlich das wäre super nett deswegen lasse ich das jetzt gerade im hintergrund laufen und weil mir nichts cooleres eingefallen ist und ich wollte nicht schon wieder irgendwie ein feuer irgendwie wald oder irgendwas anderes im hintergrund haben warum dann nicht den guten dennis vielleicht mal ein bisschen mehr ins rampenlicht drücken der da gerade ein sehr geiles spiel nämlich fable 1 spielt was auch ein super spiel aus meiner kindheit ist was ich auch mir im gleichen zug mit ihm auf steam gekauft habe er spielt nicht die remastered edition weil wir beide der meinung sind dies kacke man spielt über das original bei diesem spiel nicht bei allen aber bei fable sollte man das original überspielen so aber jetzt kommen wir mal zu mir genug von dennis erzählt sonst ist gleich seine erste folge um bevor ich fertig bin und das wäre ganz schön peinlich für mich ich länger rede als anderen die ganze folge ziehen also ganz kurz also ihr seht mich hier schon in komischer montur also mit mit joggingjacke mit komischem t-shirt ich kann es mal zeigen mit schlabber jogging hose ja hier immer und was liegt daran wir haben ferien ihr habt wahrscheinlich viele von euch zumindest haben wahrscheinlich auch ferien und ich verbringe meine ferien leider nicht wie andere leute und macht viel mit kollegen erleben lustige abenteuer und machen mir geschichten fürs leben die später meinen enkelkindern erzählen kann nein ich bin leider im lernen in der lernphase ich bin auch am überlegen ob ich mir einen guten klausuren bad stehen das ist so ein ritual was was studenten oft machen dass sie den bad wachsen lassen in der zeit wo sie anfangen zu lernen so lange bis sie die klausuren geschrieben haben so lange sich den bad wachsen zu lassen das nur so ganz nebenbei ist so ein kleines studenten ritual aber doch überlegen ob ich das mache denn jetzt in den ferien habe ich beschlossen mit dem lernen anzufangen das problem ist ich habe erfahren weil ich wie immer auf dem letzten drücker alles erst nachschau meine klausuren habe ich aber ich glaube schon bei dem video gesagt also habe ich vor ein zwei wochen erfahren so dass ich ein bisschen schluck auf ich muss immer ein bisschen runter schlucken beziehungsweise aufstoßen denn es ist folgendermaßen meine klausuren sind ein bisschen anders gelegt worden als sonst nämlich nicht ans ende der semester ferien die bis april gehen glaube ich ungefähr sondern an den anfang der semester ferien was ungefähr anfang februar ist ja jetzt könnt ihr euch mal ausmalen wenn man heute ist der erste januar ich habe bis anfang februar zeit ist ein monat das sind vier wochen ja gut ich habe schon ein zwei wochen gelernt so so ist es nicht aber da ist nicht mehr viel zeit um irgendwie für fünf sechs klausuren zu lernen und das ist halt nicht wie in der schule da ist nicht mal eben irgendwie so eine klausur hat den stoff von einer klassenarbeit da was so drei vier themen sind nee so eine klausur die ist schon eher also da war was ich sag mal als beispiel was ich im achten schuljahr so von der menge her um das vielleicht ein gefühl zu bekommen in der menge was ich im achten schuljahr an einer in der klassenarbeit an stoff hatte ja wo ich irgendwie ein drittel des des schuljahres dran gesessen habe so also vom na also ein drittel der schuljahrs hat man dafür die für die man dann an stoff gibt in der schule beigebracht bekommen für eine klausur so das ist eine vorlesung so also eine ganze klassenarbeit was man sonst früher hatte von der menge allein natürlich ist es noch mal von der intensität und der schwierigkeit und so auch noch mal höher aber ich meine mal rein von der menge was man so lernen muss ist ungefähr eine vorlesung und man hat so 15 16 vorlesungen bis klausur ende ist also bis man die bis man die klausur schreibt so also ist ein bisschen mehr zu tun als man sonst früher immer gelernt hat und da ich jemand war der früher gar nicht gelernt hat fällt mir das lernen heutzutage sehr schwer deswegen müsste ich eigentlich immer relativ früh anfangen weil ich nicht länger als eine halbe stunde bis einer stunde pro tag lernen kann so ich gebe mir größte mühe das irgendwie weiter zu denen und im moment schaffe ich es auch noch mal gucken wie lang aber wie gesagt ich hatte sonst immer ein bisschen länger zeit das habe ich diesmal nicht ich habe noch einen monat um eine ganze menge stoff zu pauken deswegen bin ich ganz froh dass auf meinem kanal gerade tatsächlich was läuft allerdings nichts weltbewegendes also er läuft gerade ein bisschen minecraft ja jeden zweiten tag und im moment läuft jetzt jeden zweiten tag hat es jetzt ja so ein bisschen angefangen mit black mirror ich habe gesehen black mirror ich glaube es sind drei vier folgen raus kommen nicht so gut an kann ich verstehen aber es tut mir leid ich kann im moment nicht viel anderes machen weil ich echt viel mit lernen beschäftigt bin und selbst wenn ich noch immer irgendwie die zeit finde jetzt noch ein projekt nebenbei zu machen könnte ich nicht garantieren dass ich das regelmäßig hochlade deswegen lasse ich es lieber ich muss also ich habe jetzt das problem dass die also anfang februar fangen die klausuren an so die ziehen sich bis anfang märz ungefähr hin so bis dahin muss ich auch dann bis dahin muss ich lernen und werde nicht ganz so viel zeit für youtube haben jetzt das bisschen zeit was ich habe muss ich in aufnahmen stecken die ich nach dem black mirror raus ist ja für minecraft ist noch ein bisschen länger gut immer mit dem schnäuzer nachdem black mirror abgelaufen ist das wird so anfang februar sein das bedeutet ich muss noch jetzt stoff für einen monat mindestens mindestens ich hätte lieber ein bisschen mehr laufzeit gerne aber ich brauche stoffe mindestens einen monat den ich noch jetzt irgendwie rein quetschen muss in meinen lernplan so und das ist ein bisschen also das kriege ich schon hin kein stress nur deswegen seid nicht enttäuscht wenn keine abwechslung bei mir kommt weil ich das alles was ich jetzt aufnehmen erstmal da hinten dran hängen muss so deswegen sehe ich jetzt auch aus wie scheiße weil ich halt durchgehend lernen so ja das dazu was was wird sonst so passieren wenn meine klausuren durch sind anfang märz ungefähr dann werde ich wieder vernünftig weitermachen können mit mit youtube so dann habe ich auch erst mal ferien bis bis april so anderthalb monate wahrscheinlich da kann ich auch ein bisschen was machen so das kein problem was habe ich davor ich habe mir noch keine konkreten ziele gesetzt ich habe nur ein ziel ich will trotz meiner ich glaube ich habe sogar vor kurzem echt darüber geredet ich habe erzählt gothic steht schon immer auf meiner liste nur ich wollte immer warten bis ich ein bisschen größeres publikum habe weil ich da gerne viel feedback kriegen würde viele mit euch so ein bisschen in den kommentaren also dass ihr vielen die kommentare schreibt dass sie auch vorschläge bringen sachen anregung dass ich darauf immer eingehen kann und wenn halt nichts in den kommentaren steht dann kann ich den scheiß auch einfach einfach aufnehmen so und an einem stück ohne das täglich aufzunehmen rauszuhauen gucken was in den kommentaren steht darauf im nächsten part rücksicht zu nehmen so das brauche ich im moment nicht deswegen werde ich tatsächlich den gothic 1 soweit es mir möglich ist mal gucken was 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 die bugs und so mir wie die mir ein strich durch die rechnung ziehen werde ich aufnehmen wird dann auch irgendwann rauskommen nicht direkt anfang märz so da werde ich erstmal noch ich werde da nämlich ein bisschen was für ein bisschen für brauchen da wird ein bisschen mit müssen puffer aufgenommen dann und den haue ich raus in der zeit nämlich ein bisschen gothic auf und ja ich werde das natürlich nicht einfach nur aufnehmen ich habe mir da was überlegt ich weiß noch nicht inwiefern das cool sein wird muss mal gucken weil ich habe mir gedacht zu einem rollenspiel so man spielt rollenspiel dann kann man auch ein bisschen rollen spielen ja also in der rolle schlüpfen ich bin mir noch nicht sicher was ich für eine rolle nehmen ich glaube ich sperrten piraten spielen vielleicht besorge ich mir auch eine augenklappe und hut oder sowas und dann versuchen wir mal gothic mit der mentalität und den entscheidungen die man trifft immer im hinterkopf zu haben dass wir vielleicht irgendein pirat sind oder vielleicht sogar ein kapitän wer weiß vielleicht werde ich auch ab und zu mal mit ein bisschen hamburgischen dialekt reden wer weiß werden wir alles sehen ich habe auf jeden fall überlegt das ein bisschen spannender zu machen und ich hoffe das ist so ist erstmal ein schritt zumindest einer ein schritt in die richtige richtung was dann was das angeht dann das ein bisschen mit 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 einem hinterkopf ich werde natürlich dem charakter namen geben und alles mögliche ja ich habe es ja schon mal versucht gothic 2 zu streamen gleichzeitig aufzunehmen das war ja ja das war ja nicht so gut da war ja eher so und so ein pixel brei so war gothic aus irgendeinem grund ein spiel ist was eine hohe bitrate braucht und eine hohe bitrate zu streamen funktioniert nicht ich muss mal gucken im ersten teil wird das auch nichts mit dem zweiten erst recht nicht gerade weil ich den mit der alhyver mod spielen werde ja das ist eigentlich viel mehr habe ich großartig gar nichts zu erzählen also eigentlich nur das jetzt tut mir leid ich entschuldige mich für die monotonität für das monotone auf meinem kanal erstmal ich kann es leider nicht so gut ändern das ist ich bin am lernen ich möchte mal irgendwann mit dem studium fertig werden tut mir leid und deswegen seid nicht traurig und dann im märz werde ich wieder hoffentlich vernünftigen content bringt dann auch mal mit gothic anfangen so mal gucken wie der allererste teil ich weiß ist der schrecklich aussehendste teil aber glaubt mir ist es ein super spiel ich werde mal schauen wie das ankommt den zweiten werde ich auf jeden fall auch machen weil er in meiner inneren liste abgestrichen werden muss so mal gucken wie die beiden teile dann generell bei euch angekommen sind dann entscheiden wir ob wir noch ein bisschen weitermachen ja so ich werde hier also wie gesagt ein bisschen anders aufnehmen bisschen ein bisschen rollenspiel betreiben mal gucken ich werde auch ein paar ein bisschen bisschen was objusen so kann nicht verraten da gibt es so ein paar sachen also bei gothic 1 eher weniger bei gothic 2 kann ich eine menge werde ich eine menge auch die konsole benutzen also als beispiel ich weiß viele würden das als cheaten oder schummeln oder so bezeichnen aber gothic das erklären wir eigentlich wenn soweit ist oder ich werde ein bisschen 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 ich werde mir keinen keine xp cheaten kann ich meine stärke erhöhen keine eins so was jetzt nicht das ist schon wirklich cheaten aber ich werde mir ich werde vielleicht damit ihr alle damit wird das spiel nicht mehrmals durchspielen müssten weil das wäre dem spiel eigentlich nur gerecht werde ich vielleicht mein charakter ein bisschen resetten jedes mal so um das mal als beispiel zu nehmen also ich werde einmal als ich werde mich den paladin bzw der miliz zum beispiel anschließen resettet meinen charakter und dann gehe ich dem werdegang der söldner und dann wenn wir magier werden wollen oder so dann am ende ziehen wir den magier durch so dass man von jedem mal so die anfangsquests und alles mögliche sieht und so bekommen wir auch ein bisschen mehr xp was dem spiel ganz gut tut weil das spiel ist nicht ohne muss man sagen gerade mit addon ist das schon nicht so einfach so also dass ich finde es ist ein besserer weg als die andere das spiel spielen weil das spiel ist wirklich sehr schwer man muss sich an ganz viel xp muss man sich irgendwie muss man bekommen ja an die meisten gehen den weg kaufen sich so eine drachen snapper schriftrolle verwandeln sich in drachen snapper rennen durch im wald klatschen alle viecher so ich weiß nicht ob das so viel cooler ist dann will ich doch lieber den weg gehen und euch irgendwie alle alle gilden alle fraktionen bisschen zeigen bisschen näher bringen dass ihr da auch ein bisschen schöneres gefühl für bekommt für die welt und alles und und so vielleicht auch die 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 auswahl erleichtert wenn wir uns am ende anschließen werden so solche dinge werde ich vielleicht machen ich hoffe das ist okay ihr könnt mir ja gerne was schreiben ihr könnt ja auch gerne jetzt hier ins video schon mal schreiben wem ich mich anschließen soll weil auf jeden fall im ersten teil werde ich das nicht also ich weiß nicht ob ich noch ein video vorher machen wahrscheinlich nicht aber das könnte jetzt hier auf jeden fall gerne loswerden und dann im ersten teil müsst ihr reinschreiben wenn ich mich im zweiten teil anschließen soll das ist ein bisschen ich weiß es wäre cooler wenn ich das jeden tag mache aber da fehlt mir dann nicht die zeit aber es wird sich leider nicht viel tun also ich könnte müsste zumindest wöchentlich aufnehmen und immer raushauen weil ich kann jetzt nicht jeden tag aufnehmen tatsächlich naja wir werden aber schauen wie es mal wie ich mache ich werde mir noch was überlegen es ist ja noch ein bisschen zeit bis bis märz ende märz werde ich dann vielleicht auch anfangen aufzunehmen und dann mitte april raushauen weil ich denke ich werde relativ zügig mit dem spiel durch sein ich kenne mich ja einigermaßen aus so ansonsten was wird sonst noch im nächsten jahr passieren eigentlich im moment habe ich nichts geplant auf meiner liste steht nur dass das studium erstmal weiterhin überstehen überleben ein bisschen zu lernen die zeit mit irgendwelchen projekten multiplayer projekten vielleicht kleinen singleplayer projekten vielleicht irgendwelchen angezockt weiterhin euch bei laune zu halten um dann irgendwann mein großes ziel was ich schon von anfang an hatte auf meinem kanal mal die gossip reihe zu bringen ich weiß ich habe risen 3 gemacht ist schon mal am anfang und dann ja das ist mein ziel da möchte ich dieses jahr auf jeden fall hinarbeiten ob wir es schaffen den ersten und zweiten teil dieses jahr fertig zu kriegen ich hoffe ich muss mal gucken wie lange ich die folgen mache und ansonsten guck mal der storm wurde erwischt ja gut das war's ich hoffe ich habe mal wieder ein bisschen zu viel geredet ich weiß guck mal wie lange das video noch geht 15 minuten ich habe 15 minuten schon geredet und er hat noch fünf minuten also habe ich theoretisch auch noch fünf minuten wir könnten gleichzeitig beenden denn es wäre lustig wir haben ja schon gleichzeitig angefangen nein aber ich dachte ich weiß nicht bevor ihr denkt ich gebe das ding hier auf youtube oder so weil immer nur der gleiche mist kommt und jetzt laufen zwei projekte irgendwie über anderthalb monate so durch oder dass sich was großartig auf meinem kanal tut wollte ich euch hier feedback geben es geht gerade im moment leider nicht anders tut mir leid ich weiß das ich finde es auch nicht toll es ist nicht der beste weg den ich hier wähle ähm aber naja wir gehen ihn immerhin zusammen diesen weg hoffe ich zumindest dass ihr mir dass ihr mir ein bisschen treu bleibt und abwartet und dann ab märz wird es hoffentlich besser ich gebe mein bestes aber jetzt muss ich euch wieder allein lassen und leider weiter lernen ähm und ich habe angefangen nachts ein bisschen walking dead zu gucken ist eine ganz gute serie muss ich sagen ich weiß es stand auch auf meiner guckliste und ich gucke jetzt nachts wenn ich nicht schlafen kann was im moment sehr oft ist gucke ich irgendwie nachts um zwei drei uhr noch ein zwei folgen walking dead ist okay finde ich eine coole serie bisher und ich bin tatsächlich bei staffel 3 und ich weiß viele leute finden die zweite staffel und ich glaube auch so ein bisschen die dritte ähm nicht so geil aber ich habe die gefeiert die zweite staffel also da die wollten mehr dabei ist ja weniger action und ach wir sind ja nicht für den review für für dings ähm also ich danke euch dass ihr mir zugehört habt bis hierhin hoffentlich ähm ich empfehle euch hier nochmal oder ich lege euch jetzt nochmal ans herz den guten storm der da gerade theatralisch wie immer äh versucht das mit dem pärchen hier rüber zu bringen ähm schaut bei ihm vorbei gebt ihm daumen schreibt ihm in die kommentare dass ihr ihm viel glück wünscht chris nur was ist das da oben sind das haare ne das ist glaube ich ein strohdach ähm schreibt ihm was tolles in die kommentare und wartet ab was ab märz dann passiert also ich hoffe dass das ist irgendwie irgendwie ja ich hoffe es einfach ich hoffe einfach ja ich hoffe ihr habt euch neue vorsätze gemacht komm ich mach es mal hier wie die wie die ganzen anderen youtuber und äh community bindung anregen so das ist ja so ein ding so damit damit sich ihr als zuschauer euch an mich binden könnt ja muss ich euch natürlich auffordern schreibt mir was tolles in die kommentare schreibt ihr was ihr was ihr für dieses jahr euch vorgenommen habt eure vorsätze eure wünsche eure träume könnt ihr tatsächlich wirklich machen aber ne ich bin eigentlich nicht so der fan davon aber so tatsächlich tatsächlich macht man das so ja ich kenne zum beispiel ich möchte diese person nicht nennen ich kenne zum beispiel einen youtuber der auf seinem facebook kanal fucking jeden tag irgendeine frage rein haut wo oh das ist wirklich schlimm finde ich das eigentlich ähm wo er die community irgendwas fragt und ich weiß tatsächlich es interessiert den scheiß es geht nur darum dass er so tut als ob er sich für euch interessiert und ähm damit ihr was da drunter schreibt und so eine art fake bindung aufbaut um ihm treuer zu bleiben und sowas finde ich so scheinheilig mies so wenn ich sage schreibt mir bei gothic was in die kommentare dann meine ich das wirklich ernst und dann würde ich da echt gerne rück irgendwie bezug drauf nehmen und alles mögliche aber so ein fake ding facebook oder auch in vielen anderen bei großen youtuber gab es gab es das also es hat sich ein bisschen gelegt aber es gibt es immer noch dieses schreibt mir in die kommentare und jeder mensch weiß dass der typ nicht die kommentare liest und wenn sie nur schlecht überfliegt und da absolut keinen bezug drauf nimmt und sich kein feedback davon aufschreibt oder sowas bin ich nicht so der typ von also schreibt was tolles in die kommentare nein also ich wünsche euch ein hoffe ihr hattet einen guten rutsch ich wünsche euch ein schönes jahr ja habt viel spaß habt viel glück und ich hoffe ihr könnt eure ziele und träume und anforderungen die ihr an euch selbst gesteckt habt dieses jahr erfüllen und ja storm was machst du denn da schon wieder erwischt worden schaut bei ihm vorbei schreibt ihm wie wie unfassbar schlecht er jetzt schon im ersten teil ist ich habe ihn noch nicht ganz gesehen ich habe ihn zur hälfte gerade geguckt und habe mir gedacht komm schreibst du machst du jetzt mal so ein ding und erwähnst ihn aber der weint schon guckt allein dafür der junge zeigt emotionen geht auf seinen kanal guckt euch das an schreibt was schönes und jetzt bin ich raus wünsche euch ein schönes jahr wartet auf mich ich komme wieder keine angst wartet auf mich